Was weiß ich, aus welchem Ende du aus der Erde kommst, sagst du Ja, Ali. Egal was du für eine Nationalität bist, sagst du Ja, Hussein. Sie haben niemanden zu sagen Ja, weil sie pleite sind. Deswegen richten sie sich wohin? Zu Allah. Und sagen sie Ja, Allah. Nur Ja, Allah. Weil sie haben nur Ja, Allah. Jauhid von Allah, subhanahu wa ta'ala, nimmst du von Ali, Ali. Deswegen sagen wir Ja, Ali. Die haben niemanden Ja zu rufen. Niemand. Deswegen sagen sie Ja, Allah. Die haben uns aufgrund des Stafigen. Die haben die die Mauritimation. Dann sagen sie Ja, das muss sie auch nicht in den Wagen. Das ist das, was sie.